Oh, Junge, Edenstreak Nummer 3. Mal gucken, ob wir das diesmal schaffen. Wow, wir haben einen geilen Schnauzer auf jeden Fall. So, Streak ist angeschaltet, ich hab Minecrafter, 3 Herze und Godsflash. Wow, cool. Die Fire Raid ist absolut grauenhaft. Und 3 Damage ist auch nicht das meiste. Ja, mal gucken, vielleicht hat er diese Secret Room und dieser Item Room gleich was für mich zu bieten. Ja, okay. Ah, Envy, what the fuck? Wo kommst du denn her? Meine Güte. Was ist das, das wird lange dauern? Holy shit. Meine Fresse, du, das hat viel zu lange gedauert. Ey, ich mach mal den hier. Wow, krank. Da kann man ja fast in den Shop gehen. Dann nimm mal Chaos mit. Hell yeah. Hallo Chaos, gib mir mal einen Schlüssel, danke. Kein Schlüssel, schade. Nein, halt nicht. Aber ich nehm die Batterie mit. Ah, okay. Das wird lustig, aber er ist zumindest happy jetzt. Der liebe Eden. Du explodierst. Vor dir muss ich Angst haben. Auch wenn du klein bist, explodierst du immer noch. Wie ein Großer. Ja. Ja. Hallo Duke of Lies. Machbar. Sehr machbar. Minecrafter ist gerade MVP, bin ich mal ganz ehrlich. Nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber ja. Er ist es tatsächlich. Der gute alte Minecrafter. Little Spear. Naja, okay. I take it, I guess. Okay, Keller 2. Was hast du zu bieten? Rudi, wir gehen hier rein. Wir machen den hier. Health Up. Oh mein Gott, wichtig. Das ist enorm. Aua. Das war nicht ganz so enorm. Aua, das war noch weniger gut. Das ist ne Bibliothek. Ich brauch nen Schlüssel. Das ist ne Pille. Eine Münze. Ja, nee, nee, nee. Herzl oder Schlüssel. Eins von beiden. Das wäre jetzt das Optimale. Aha, nee. Aha, kann ich nicht machen. Kann ich nicht verantworten. Item Room. Richtig. Oh mein Gott, Small Rock. Ja, ja, ja. Das ist ein Damage Up. Das ist schon mal gut. Nein. Nein, 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 nein. Mehr Champions. Nee. Okay, fuck. Das ist gruseliges Shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schlüssel, Schlüssel. Oh, 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 oh. Bibliothek. Bitte. Okay, okay. Das ist nicht gut. Scheiße, das ist gar nicht gut. Oh mein Gott. Ah, ich muss durch den großen Raum. Ich muss. Ich könnte noch hoffen, dass das hier irgendwie ein Ding ist droppt. Ein Herz. Oh mein Gott. Klatsch. Absolut Klatsch. Holy Shit, ich lebe wieder. Alles ist gut. Okay, großer Raum. Ich habe nicht mehr ganz so viel Angst vor dir. Ich habe immer noch ungemein Angst vor dir mit den Spinnen hier, weil da wäre ich gestorben. Safe. Aber hey, alles ist gut jetzt. Ich weiß, wie du tickst, Brudi. Ich weiß, wie du tickst. Ja, nice, 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 nice. Item Room. Komm, sei was Gutes. Chaos. Gönn mal. Gönn, Brudi. Ich glaube an dich. Mutant Spider. Nein. Meine Fire Rate wäre absolut ass danach. Aber die ist eh schon ass. Ich nehme es trotzdem mit. Scheiß drauf. Hallo, Middlehorns. Champion Variante wichtig. Nice. Na, okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Das war taktisch. Das war absolut taktisch. Sack of Sacks. Wir gehen definitiv nicht auf Devil Dears. Das können wir vergessen. Okay. Wir haben alles. Wir leben. Wir haben alles. Wir leben. Wir gehen nicht auf Devil Dears. Wir gehen weiter. Oh mein Gott. Der run ist intense. Hilfe. Schlüssel. Wie wäre es? Sack of Sacks oder... Hier. Nee. The World. Zeig. Zeig her. Hier, da ist der Secret Room. Das ist gut zu wissen. Den machen wir dann auch mal... Bäh. Direkt auf. Ah. Es ist nur ein Mob Challenge Room, ne? Komm. Mach. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Dass da kein Schlüssel drin war. Was ist hier drin? Eine Megapill. Wenn das eine Fire Rate down ist, dann bin ich gearscht. Und zwar richtig. Range Up. Das ist nicht bad. Aua. Nice. Hier ist ein Herz als Backup. Wir haben zwei Schlüssel bekommen. Huge. Absolut huge. Äh. Die Pille nehmen wir ein. Luck Down. Tut weh. Tut sehr weh. Aber es hätte auch Fire Rate down sein können. Sehen wir es mal so, ne? Ludo. Ah. Nur bei meiner Leiche, Brudi. Goldner Schlüssel. Nice. Geld. Shop bitte. Gönn. Gönn heute mal. Range Down. Ah. Ich kann nicht wirklich dodgen. Aua. Ich kann... Ich konnte nicht dodgen. Okay. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Ich gehe mir ein Herz holen. So. Bitte kein Greed. Okay. Okay. Luck Up. Okay. Wir haben wieder ein bisschen Luck. Das ist gut. Blank Rune. Das könnte... Okay. Das könnte, wenn ich Glück habe, eine Dings sein. Eine Ewas oder eine... Wie heißt es? Eine Pedro. Oder eine Dagas. Dagas wäre auch richtig stark. Okay. 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 Dann gehen wir mal hier zurück. Und hoffen wir aufs Beste. Ich habe es auch... Okay. Das ist ein Damage Up und ein Speed Up. Das ist auch gut. Boss Time. Bitte töte mich nicht. Mega fett hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat mich gar nicht weggelassen. Oh mein Gott. Little Spear ist insane. Half Up. Ja. 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 Genau das habe ich gebraucht. Genau das habe ich gebraucht. Wir gehen den Miniboss machen. Weil wenn das klappt nicht ist, ist das auch nochmal ein Half Up. Schön min-maxen jetzt gerade. Der Run. Da zählt alles. Jedes bisschen Damage. Jedes bisschen. Alles mögliche. Was auch immer. Das zählt alles. Zum Beispiel er hier auch. Extremst. Weil hier könnte einfach Magic Mushroom drin sein. Und mir das ganze Game win. Meine Bomben sind mittlerweile auch ziemlich stark geworden. Tier ist... Oh mein... Sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Okay. Komm her, Brudi. Super Bright. Oh mein Gott. Okay. Ein Schlüssel. Naja. Immerhin. Naja. Dann wollen wir mal weiter in dieser Hölle, die dieser Run ist. So. Caves 2. Ich gehe da noch nicht rein. Das riskiere ich nicht. Ganz sicher nicht. Vielleicht riskiere ich es danach. Soul Heart. Okay. Wir gehen hier rein. Für die Chance, noch mehr Soul Hearts zu bekommen. Okay. Okay. Schade. Oh mein Gott, Alter. Das hätte mich gleich nicht... Das hätte mich beinahe gebumst. Ei, ei, ei. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben nochmal noch zwei Herzen. Alles gut. Hier ist wahrscheinlich der Secret Room. Ja. Tatsache. Mehr Pillen. Äh, Range Up. Meine Güte. Wir sollten ja bald durch sein durch die schlechten Pillen. Infested. Addicted. Okay. Pillen sind wir jetzt, glaube ich, durch. Ei, ei, ei. Ah. Puh. Das war knapp. Item Room. Breakfast. Ich meine Binge Eater. Oh mein Gott. Ja. 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 Yes. Jedes Drecks-Item kann in einigermaßen gutes Item konvertiert werden. Yes. Oh mein Gott. Danke, Chaos. Endlich. Darauf habe ich gewartet. Aber darauf nicht. Oh mein... Ja. 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 Es geht los. Es geht los. Ich spiele dich auch viermal, tatsächlich. Ja. Nochmal. Nochmal. Ja. 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 Definitiv. Oh mein Gott. Es geht los. Es geht los. Jetzt geht es richtig los. Meine Fire Rate ist wieder ein bisschen besser geworden. Oh mein Gott. Du musst nur durchhalten. Das ist alles, was zählt. Und dann belohnt dich Isaac. Der Start. Grauenhaft. Wie eh und je. Aber jetzt. Jetzt geht es los. D1. 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 Yes. Eternally 6. Sorry, nicht D1. Nice. Okay, ist weg. Anyways. Minecrafter. Gute Dienste geleistet. Oh, 7. Berserk. Oder noch ein Health Up. Ja, klaro. Weißt du, was ich nehme? Äh, hä, 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 hä. Stopp. Eine Münze. Oh. Huh. Huh. Es läuft. Die Ebene ist gut. Die Ebene ist richtig gut. Nice. Hermit. Für den Nächsten. Geil. Okay, komm her, Boss. Rack Mega. Äh, dich werde ich bomben, tatsächlich. Optimal. Optimal. Äh, wir nehmen das hier mit, weil wir haben langsam genug Leben. Injured. Hup. Hehe. It's grand return. Äh, wir machen Engel. Und dann können wir beides rerollen. Danke, Engel, dass du nur die Kacke machst. Danke. Danke. Das ist absolut wichtig. Okay, dann einmal bitte so. Yes. Oh mein Gott. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wir sind back in Business. Volle Kanne, Alter. Huh. Einer, nein. So muss das laufen. Jetzt brauchen wir nur noch Tier Raid und alles ist gut. Du bietest mir einen Nickel. Ja, wie wär's? Ah, okay. Dann doch nicht. Du hast mich geprankt, Bro. Machbar. Alles gut. Bankman. Geil. Mehrkarten. Judgment. 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 Wir machen das mal. Warum höre ich eine Faxmaschine im Hintergrund? Interessant. Nightlight. Nee, will ich weg. Wirklich? Nee. Oder Twist Rebone? Oder geht's weg? Komm. Tarokloth. Ja. Ja, 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 ja. Hi. Du bringst... Ja, okay. Das bringt mir gar nichts dann. Das bringt mir tatsächlich dann gar nichts, Chariot. Die Spinne hat auch nicht gewusst, was sie machen sollte. Ja, we won't be. Fuck it. Ach, schade. Nicht so Glück grad mit mit Tonle 6. Nicht so Glück. Egal. Ich nehm's hin. Let's go. Curse of the... Oh, das... Nee. Nee. Äh... Yes. Yes. Huh. Sehr schön. Holy Light. Sehr strong. Wichtiger Pickup. Hallo. Super great. Du darfst mir gerne ein Item spawnen. Wie wär's? Hätte ich jetzt nichts dagegen, du? Ah, wär doch nicht nötig gewesen, du. Wär wirklich nicht nötig gewesen. Hey. Awww. Oh ja. Gib mir noch ein Item. Hey, hey, ja. Ach, Manno. Hallo, Mama. Na? Bitte mach das nicht zu schmerzhaft für mich. Danke. Aua. Ich hätt nix sagen sollen. Ich stand zu nah auch. There we go. Meine Güte. Links ist Polaroid. Angel Deal. Was bist du? Oh, scheiße. Was bist du? Fuck. Wir werden's nie wissen. Wir werden's niemals wissen. Aber wir machen dich auch mal. Weil das wird eigentlich kein Problem sein. Hoffentlich. Hoffentlich. Danke. Und dann re-roomen wir. Und das wieder mit Nightsnack. Alter, ich kann kotzen. Mann, ich seh nicht, was es ist. Das ist unfair. Ach, Manno. Okay. Dann geh ich halt weiter. Bye-bye. Was? Wo ist die Musik? Ah, da. Äh, zu meinem Knowledge. Das hätte beides Godhead und Sacred Heart sein können. Und ich hab's nicht gesehen. Das macht mich einfach nur ein bisschen traurig. Und ein bisschen fertig. Aber okay. Aua. Eine Karte. Justice. Yay. Okay. Dann. Hallo. Squirlex. Na? Ja, du darfst dich auch mal kurz deinem Poppes zeigen. Wie wär's? Nee. Nicht das. Aha. Nicht das. Nee, immer noch nicht. Die andere Seite. Ja, okay. Dann halt nicht. Zehn Bomben oder... Nee. Fühl ich nicht so. Fühl ich tatsächlich nicht so. Da könnte ich doch viel besser rerunen einfach. There we go. Kompass. Wait, what? Hab ich nicht Kompass schon? Nee. Hab ich nicht. Okay, aber Binky. Binky nehm ich mit. Und Kompass nehm ich auch mit dann. Meine Güte. Was so ist. Danke. Bye-bye. Oh, Junge. Arcade. Arcadus. Hallo, Ona. Willst man diesmal explodieren? Wie wär's? Der will wirklich nicht, ey. Der kann mich nicht leiden. Das ist aber Lotto. Das ist ja eine Frechheit. Ja. Du bist vielleicht ein netter. Guck mal, du bist... Du bist ein netter, ey. Ach, richtig netter. Komm schon, Brudi. Mach nicht diesen. Och, Manuel macht wirklich diesen. Hui. Uh. Ja, komm mal her, Brudi. Es ist an der Zeit. So, da haben wir zwei Items. Das andere. Äh, können wir rerunen. Können wir doch bestimmt nochmal rerunen. Ohne dass es verschwindet. Hä? Hä? Ach, Mann, ey. Oh, yeah. Komm. Knockout Drops. Das ist doch okay. Das ist doch ein decent Item. Vor allem mit meiner Fire Raid. Oh mein Gott. Huhu. Hihi. Huhu. Haha. Hello. Wieder drei Münzen. Wow, ist das? Hallo, Itlives. Na? Ja, 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 ja. Ist okay. Dann... Ja, gut, wir haben eigentlich alles auf der Ebene. Dann wollen wir mal weiter, ne? Hello. Cathedral. Curse of the Unknown. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich hab. Das ist ein bisschen ungeil. Eine goldene Pille? Whole health. Oh mein Gott. Okay, wir haben nicht so viel Leben mehr. Wir haben, glaube ich, drei Herzen. Okay, wir machen den Rest der Ebene, weil... Die Pille hat sich gedacht, ich bin mal kurz nett und dann super lustig und nehme dir all dein Leben weg. Uh, ein Dime. Wie nett. Dankeschön. Uh, lacker. Battery, buddy. Piercing Shorts. Ja, warum nicht? Hello, Isaac. Na, was geht denn ab, Budi? Alles Clashen bei dir? Ich gebe dir mal ein bisschen aufs Maul. Wie wär's? Ist nichts Persönliches. Ich muss... Ich will noch in die sogenannte... Tschüss. Gehen? Nee, 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 nee. Ich muss sagen, die drei Pretty Flies, die sind auch extremst praktisch. Ich will mir gar keine Sorgen mehr machen, getroffen zu werden, so richtig. Ja. Zumindestens von Tränen. Waaah. Und da ist er weg. Sehr schön. Hallo, Derelirium. Wie wär's mit... Nein? Meine Güte, du. Hallo, na, tschüss. Bone Zone. Nee, Book of the Dead, what? Birthright. Ah. Ah. Ja, wir nehmen das hier mit. Und nehmen wir Birthright mit. Ähm. Ist alles eher so durchschnittlich, ne? Mach mal den hier. Oh. Das ist natürlich cool. Und das ist auch ein Damage-Up. Und das hier... Ja, das re-roomen wir gleich nochmal. Oh. Blood Papi. Oh, nein. Tja. Warum sollt... Äh. Äh. Stirb, du Sau. Stirb, du kleiner Hase. Sohn, Alter. Ja, fick dich, Alter. Kannst mich mal. Äh. Ich hab Leben diesmal. Äh. Holy Poop. Ja. Edward Ground ist jetzt nicht bad. Vielleicht finden wir ja noch Rock Bottom. Lol. Wie die Musik so kurz gestoppt hat. Auch fantastisch. Dead Cat. Nur. Bye-bye. Alter, Eternity Six, der mag mich wirklich heute nicht. Also, der löscht 90% der Items. Nicht irgendwie 50%. Oder 33% war es? Ich weiß es gar nicht mehr. 25%. Ey. Das Item bleibt dafür da die ganze Zeit. Ich bin begeistert. Uh. Mega-Chest. Mal ganz kurz vorm Boss. Oh. Nehmen wir beides mit. Das ist cool. Das ist beides relativ cool. Guck mal. Ich hab so einen pinken... Äh. So einen lila... Äh. Lila Laser wieder. Scheinbar ist das wirklich einfach nur die Farbe von dem Ding, ne? Scheinbar ist das so. Brimstone! Yes! Jetzt soll ich verkacken. There we go. Ah. Leviathan. Yay. Ich hab Brimstone noch bekommen. Yay. Chaos deniers und Shambles, I guess. Wow. Quadshot Brimstone. Wooo. Und der ist schön lila. Lila bläulich. Was auch immer. Hi, na? Auf Wiedersehen. Ey, Blue Baby. Na, ich hab da was für dich. Ha! Haha. Sehr schön. Wunderschöner Laser. Der ballert. Ach, es hat zwar gedauert, aber der Run... Er wurde doch noch ziemlich gut am Ende. Aber hey. Feuer rein. Der bläulich. Der bläulich. Yih! Bis zum nächsten Mal.